Scheiße, ich muss noch Sport für Boxspringbette machen, aber ich muss los. Weißt du was, ich mach das. Alles klar, aber gebt dir Mühe. Na Puppe, heute schon was vor? Ich hab einjähriges mit meinen Freunden, wir gehen ins Kino. Nee, nee, du kommst mit mir. Äh, nee. Was, wenn ich dir sage, dass ich ein Boxspringbett habe? Boxspringbetten, einfach für Macher. Ich will's nie wieder ohne Boxspringbett. Max, das Sport war der Hammer. Weitermache.